Christian, in Bamberg ist doch eigentlich alles super, ich habe ganz viele neue Fahrradabstellplätze gesehen und jetzt gibt es wieder eine Critical Mass. Warum brauchen wir die nicht? Ja, es gibt einige neue Fahrradabstellplätze, das stimmt, aber es gibt noch deutlich mehr Fahrräder, die keinen Abstellplatz finden. Das ist ja nur ein Beispiel, dass es schon noch viel zu tun und viel aufzuholen gibt. Und die Critical Mass ist ja einfach so ein monatliches Zeichen, um zu zeigen, auch der Radverkehr ist Verkehr. Das spricht immer nur im Autoverkehr als der Verkehr. In Bamberg wird aber ja jeder dritte Weg, 30 Prozent aller Wege, den falschen Spitzenanteil für den Rad zurückgelegt. Und das ist durch die Fahrradstruktur noch nicht repräsentiert, also insofern ist schon mal einiges zu tun. Das ist ein Zeichen, wir sind da, wir sind laut. Das ist ein Zeichen, wir sind laut. Das ist ein Zeichen, wir sind laut. Das ist unter dem Zeichen, wir sind laut. Untertitelung des ZDF, 2020